Wie geht es mit den Tuner? Wie kam es zu dieser Kooperation? Wir wollen seit Jahren mit Aigner eine Zusammenarbeit beginnen. Wir hatten für diese Ausstellung erstmals die richtige Idee. Aigner hat eine wunderschöne, etwa Bordeaux-Rote Farbe. Diese Ausstattung passt ganz besonders gut zu unserer Idee, die wir hatten, was das äußerliche Design auf das Autos betraf. Aigner hat eine wunderschöne, die wir hatten, was das äußerliche Design auf das Autos betraf. Aigner hat eine wunderschöne, die wir hatten, was das äußerliche Design auf das Autos betraf. Aigner hat eine wunderschöne, die wir hatten, was das äußerliche Design auf das�uert sind. Untertitelung des ZDF, 2020